Die von uns angebotenen tibetischen Zimpern führen wir in vier verschiedenen Größen. Mini, Klein, Mittel und Groß. Klein Beispiel für die Mini. Da ein Beispiel für die Kleinen. Klein Beispiel für die Mittler. Und Klein Beispiel für die großen Zimpern. Kasten, Kasten, Kasten. Kasten, Kasten, Kasten. Untertitelung des ZDF, 2020